Ich bin Cindy Sun, Business Director von GloVie. Wir wurden in Hongkong gegründet und sind in Großbritannien, Hongkong, Frankreich, Australien und in gesamt Südostasien vorhanden. Ich bin eine Person, die sehr, sehr häufig reist und kann mir gar nicht vorstellen, wie ich arbeiten kann, ohne vernetzt zu sein, ohne im Internet zu sein. Man hat ja in der Vergangenheit gesagt, die Welt ist eine Auster, aber mit immer mehr Konkurrenz und immer schnellerer Innovation muss man verbunden bleiben. Das ist wichtig. Die Welt ist jetzt ein Büro. Vor meiner Präsentation möchte ich Ihnen ein paar Statistiken zeigen von PBT über den globalen mobilen Datenverbrauch. Der globale mobile Datenverbrauch wird sich ums 10-fache steigern zwischen 2016 und 2022. WLAN wird immer wichtiger, sowohl für die Reisenden als auch für uns alle. Kommen wir jetzt zu meiner Präsentation. Wie gesagt, die Welt ist jetzt ein Büro, aber wie sieht das in der Praxis aus? Hier kommt Glocal Me ins Spiel. Glocal Me macht genau das, was es im Namen sagt. Es verbindet mich, die häufig reisen, sehr völlig egal, wo ich in der Welt bin, mit dem Internet, also globales, lokales Ich, also Glocal Me. Aber was genau ist Glocal Me? Also, es ist die erste sinnfrei tragbare WLAN-Hotspot-Lösung. Unser Glocal Me-Hotspot verbindet sich mit dem besten und schnellstmöglichsten 4G-Highspeed-Netz. Wir haben unsere eigene Cloud-Lösung, die dazu beiträgt, dass wir einen persönlichen Wi-Fi-Hotspot einrichten können, mit dem Sie sich mit 5 WLAN-Geräten verbinden können, zum Beispiel einem Laptop, einem Smartphone und einem Tablet. Und zwar, wann immer Sie wollen. Und weil unsere Cloud-Technik hier verwendet wird, gibt es keine zusätzlichen Roaming-Kosten, die Sie zahlen müssen. Was Sie hier sehen, sind unsere tragbaren WLAN-Lösungen. Auf der linken Seite das 3G und das U2 auf der rechten Seite. Die haben beide die gleiche globale Konnektivität. Aber 3G arbeitet auch als Batteriespeicher, um sozusagen ihre Geräte zusätzlich zu speichern und kann auch mit der eigenen SIM-Karte im Home-Network genutzt werden, um als vorübergehender Hotspot genutzt zu können. Sie können sicherlich auch sagen, es gibt andere Möglichkeiten, sich unterwegs mit dem Internet zu verbinden. Warum Local Me? In den vergangenen Jahren gab es viele Geschichten, die in den Zeitungen standen, über Geschäftsreisende, über Privatreisende, Freizeitreisende, die sehr hohe Kosten zusammengebracht haben, aufgrund der WLAN-Nutzung im Internet. Und viele WLAN-Verbindungen kosten sehr viel, wohingegen freies WLAN meist nur schlechte Verbindungen bietet. Man muss heute zum Beispiel in einem Hotel eingecheckt sein oder in einem Restaurant einen Kaffee trinken oder etwas anderes konsumieren, um das WLAN nutzen zu dürfen. Die Telekommunikationsbehörden von Dubai haben dieses Jahr auch berichtet, dass es sehr viele freie WLANs genutzt wurden, um auf unterschiedliche Computer Virus hochzuladen. Und GCHQ hat ein Statement veröffentlicht, dass es immer stärkere Gruppen auch aus Russland Hotel-Hotspots nutzen, um sensible Daten, wie zum Beispiel Kreditkartendaten zu stehlen. Unsere eigene Technik bedeutet, dass wir einige der Nachteile dieser anderen Dienstleistungen vermeiden. Viele blockieren SIM-Karten oder nutzen SIM-Karten, die nur mit spezifischen Geräten funktionieren. Wie schon gesagt, wir haben dies erreicht, indem wir unsere eigene Technik verwenden. Und ich denke, Sie fragen sich jetzt sicherlich, wie funktioniert das denn in der Praxis? Sagen wir mal, Sie sind in New York oder sonst wo, in mehr als 100 Ländern der Welt und dort wollen Sie sich dann mit dem Internet verbinden. Und Sie können das über den Glocal-Me-Hotspot machen, der sich dann automatisch mit dem besten lokalen mobilen Netz verbindet. Und unser Server verwendet dann eine virtuelle, lokale SIM-Karte und bietet Ihnen Zugang zum Netzwerk zu lokalen Preisen. Wir entfernen uns von der Tradition, dass es bei der SIM-Karte immer nur um einschränkende Internetverbindungsmöglichkeiten handelt. Glocal-Me's Technik ermöglicht es den Nutzern, unterschiedliche Betreibernetze anzuwählen und bietet Ihnen mehr Freiheit, wenn Sie sich von einem Land zum nächsten weiterbewegen. Glocal-Me hat eine schnelle und große Abdeckung und unsere Dienstleistungen decken die wichtigen touristischen Destinationen ab. Sie wissen ja, die meisten Länder verfügen über mehr als ein etabliertes mobiles Netz. Wir sind netzwerkagnostisch sozusagen und nutzen die besten Netze, egal wo sie sich befinden. Die Probleme der Vergangenheit gehören jetzt wirklich der Vergangenheit an. Wir bieten sichere WLAN-Verbindungen für bis zu fünf Geräte in einem lokalen Netzwerk an. Man kann das Passwort teilen und einige der großen Unternehmen nutzen Glocal-Me. Glocal-Me kann man sehr einfach benutzen, nachdem ein Konto erst einmal eingerichtet wird. Und das funktioniert sehr einfach. Nutzt man das Glocal-Me-Device, verbindet das Laptop so, wie man dies mit jedem anderen Netzwerk auch machen würde und kann dabei sicher sein, dass die Verbindung sicher ist und die beste Verbindung auch anbietet. In seltenen Fällen, wenn wirklich mal etwas schief gehen sollte, bieten wir 24 Stunden jeden Tag der Woche Kundendienst über das Telefon in unterschiedlichen Sprachen. Glocal-Me wächst sehr schnell bei den Smart-Travelers. Eine halbe Million Menschen nutzen schon jeden Tag unseren Dienst und wir haben schon über 100 Millionen Nutzer zufriedengestellt, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen. Dadurch haben wir sehr viele Möglichkeiten für die Kunden geschaffen, unseren Dienst zu nutzen, wenn sie reisen. Und wir können auch eine Bandbreite unterschiedlicher Werbemöglichkeiten an diese einflussreiche Gruppe einzuspielen. Wenn Sie oder wenn Ihr Reisebüro, Ihr Tourveranstalter oder Ihr Autovermieter diesen Dienst an Kunden anbieten möchten, dann können wir hier mit Ihnen als Partner zusammenarbeiten. Das bringt Vorteile für Sie und für die von Ihnen hochgeschätzten Kunden. Glocal-Me, globales, mobiles, lokales Ich, zielt auf den häufigen Reisenden, der die Welt zu seinem Büro machen möchte. Wir sind globale Leader bei Propriety-Cloud-Dienstleistungen und wir möchten die globale Mobilität noch einfach zugänglich für alle zu machen mit unserer revolutionären Technologie und einem zukunftsorientierten Geschäftsmodell. Wir sind bereit, hier die Industrie disruptiv durcheinander zu bringen, in diesem Bereich der weltweiten mobilen Datendienste. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, dann stehen mein Kollege und ich Ihnen noch gerne zur Verfügung, um diese Fragen zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich darauf, mit Ihnen und Ihren Kunden in Zukunft zusammenarbeiten zu können. Vielen, vielen Dank.